So, ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge Wir werden heute was anders mal probieren als Berufsgradfahrer 20.000 zum Beispiel kriegen 22 Ganz klar was anderes Wenn ich sage, ich nehme das an Ich spawne mich nach Paris würde mir das schon viel kosten Wir sind in Salzburg nach Sautemten Kiel hätten wir Ja, warum nicht? Gut, heute mit normal Wo ist der Plan? Das ist eine Zeit Wenn wir uns den Auftrag Fahren wir halt wieder auf die Insel Das ging mal Wir werden das lernen Wir kriegen das sicher hin Dann werden wir auf jeden Fall öfters dorthin fahren Vielleicht fahren wir mal ein bisschen auf der Insel dann spüren Das ist ja wirklich eine Gewöhnungssache Das ist eine Zeit Ich habe das Drei Ich habe das Drei Ich habe das Drei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 wir kommen mal aus salzburg raus dann schauen wir uns an wie wir fahren das war noch ein als ich ernst 10 prozent schaden er wollte wieder reparieren wir fahren auf die autobahn rauf das ist ein schaum also wir fahren in münchen und gartenheim und dann luxemburg witzig brüssel warte mal ok im gar jetzt und ... 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 Fast! Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ist das richtig? Solland. Mal vorbei auf jeden Fall. Okay. Mm-hmm. Gut, München. Vor uns. Und dann schaut's ja auch gut aus. Gut. Ja, sorry, kann man dann sagen, wenn der LKW schon 10% hat. Was soll ich zum LKW sagen? So, nächste Tankstätte werden wir da auch mal ranfahren. Schlafen. Oder nächste Tankstätte. Okay. 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 Sorry, now. Anderem geradeaus. Warte, vorne ist München. Okay. Ja, schön gemacht aber. Erkennt man halt sofort. Gut, München sind wir dann vorbei. Dann heißt es Richtung Stuttgart-Mannheim. Zürich und Bregenz. Wollen wir aber auf jeden Fall auch nicht hin. Wollen wir aber auf jeden Fall auch nicht hin. Okay. 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 So, Weststätte, wo bist du? Ich finde nicht, dass die nächste dann so lange wieder dauert. Oh, die kommt auch nicht schon. Vielleicht tanken wir trotzdem aber auch. Ich hoffe, dass wir bis dorthin sind, aber es sieht sich nicht aus, genau. Wir könnten den ersten Kredit einmal zurückzahlen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Wir können doch nicht tanken, denn wir müssen eh sowieso noch einmal halten. Dann können wir doch auch tanken. Was mit dem jungen Rose ist? Was ist mit dem jungen Rose? Das ist jetzt nicht. Dann will ich raus. Aber ich kann so nicht weitermachen. Ich kann mal halt ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, warum man das so hat. Aber dann 4.000 haben wir jetzt ungefähr. Gewinn durch die Fahrer. Wenn der dann auch mal Plus macht, können wir schon mehr. 85.000 werden es sein. Okay. Wird nicht ausgehen. Warte mal, wenn wir so eine 11.15 nennen, wenn es 3.000 weniger am Tag ist. Okay. Na gut. gut.